Ausgangspunkt ist wieder der Postillion-News-Ticker. Im ersten Video ging es um die semantische Dimension von Wortspielen. Jetzt schauen wir uns Wortpaare an, die sich auf lautlicher Ebene ähneln. Wie hier Gebäck und Gepäck. Die phonetische Ähnlichkeit in diesem Wortpaar ist sehr hoch. Die beiden Laute B und P sind sich sehr ähnlich. Weil nur ein Laut gegen einen anderen ausgetauscht wird, spricht man von einem sogenannten Minimalpaar. Minimalpaare sind also Wortpaare, die sich in nur einem Laut unterscheiden. Ein anderes Beispiel dafür haben wir hier. Entnahme nur mit Zunge. Hier haben wir nicht nur auf lautlicher, sondern auch auf grafischer Ebene ein Minimalpaar. Die versehentliche Schreibung mit U statt mit A sorgt hier für eine ganz andere Bedeutung. Mitunter kann die Schreibung aber auch ablenkend sein. Beispielsweise werden Stein und Schwein anders geschrieben. Wenn wir uns aber die Lautschrift beider Wörter anschauen, sehen wir, dass auch hier nur ein Laut gegen einen anderen ausgetauscht wird. Wichtig ist also, sich bei der Beurteilung von der Schreibung zu lösen. Dieses Wortspiel, auf die Pätze, fertig, los, funktioniert natürlich auch gut. Es basiert aber nicht auf einem Minimalpaar. Der Vokal in Pätze und Plätze wird zwar trotz unterschiedlicher Schreibung gleich ausgesprochen, allerdings kommt hier ein L hinzu. Ein Minimalpaar haben wir aber nur bei einem 1 zu 1 Tausch, während wir hier sozusagen einen 0 zu 1 Tausch haben. Diesen Wortwitz hier hatten wir schon im Semantikvideo. Der Wahl und die Wahl sind homophone. Sie werden trotz unterschiedlicher Schreibung gleich ausgesprochen. Es findet also überhaupt kein Austausch statt. Deshalb haben wir hier auch kein Minimalpaar. Aber warum das alles? Was ist überhaupt der Zweck von diesen Minimalpaaren? Kindern werden beim Erstspracherwerb nach und nach die Unterschiede zwischen den Lauten bewusst. Sie realisieren, dass es einen Unterschied macht, ob man zum Beispiel Gebäck oder Gepäck, Zange oder Zunge sagt. Man spricht auch davon, dass die beiden Laute in Opposition zueinander stehen. Ich kann sie miteinander austauschen. Daraus kann ich folgern, dass die entsprechenden Laute distinktiv, also bedeutungsunterscheidend sind. Und genau so ist der Begriff des Phonems definiert. Ein Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit einer Sprache. Der Begriff Phonem ist also ein abstrakter, systematischer. Wenn wir jetzt alle einmal pös sagen, haben wir unterschiedliche Phone, unterschiedliche Laute produziert, die aber alle auf dasselbe Phonem referieren. Wie Sie sehen, werden die Laute die konkreten Schallereignisse in eckigen Klammern notiert, während Phoneme in Schrägstrichen dargestellt werden. Um den Unterschied klar zu machen, sind die R-Laute ein häufiges Beispiel. Im Deutschen wird das R meistens hinten im Rachen am Zäpfchen gebildet. Gerade in Bayern, Österreich und der Schweiz wird es aber teils auch mit der Zungenspitze gebildet. Welche der Varianten verwendet wird, spielt jedoch keine Rolle. Sie sind nicht bedeutungsunterscheidend. Sie sind keine Phoneme, sondern sogenannte Allophone, Realisierungsvarianten eines Phonemes. Sie bilden also zusammen das Phonem. Oder anders gesagt, es ist wurscht welchen R-Laut man im Deutschen verwendet. Wir könnten lange überlegen, würden aber kein Minimalpaar finden, indem wir diese beiden Laute miteinander austauschen können. Durch Minimalpaarbildung kann ich also den Phonem-Status eines Lautes nachweisen. Das Phonem-Inventar ist aber bei jeder Sprache anders. Im Italienischen oder Spanischen beispielsweise gibt es keine Unterscheidung in Kurz- und Langvokale. Im Deutschen schon. Minimalpaare wie Hölle, Höle zeigen, dass bei uns auch die Vokalquantität distinktiv ist. Ob ich ein kurzes Ö oder ein langes Ö bilde, macht einen Unterschied. Es gibt übrigens auch einige wenige Sprachen mit drei bedeutungsunterscheidenden Quantitätsstufen, zum Beispiel das Estnische. Aber auch innerhalb des Deutschen haben wir Variationen. Und die Beurteilung, ob es sich um ein Minimalpaar handelt, hängt manchmal davon ab. Das zeigt sich zum Beispiel in diesem Wortspiel. Kam, sah und siegte, Hypochonder gewinnt Symptomwettbewerb. Bei den meisten SprecherInnen unterscheidet sich die Aussprache der Wörter siegte und siegte. Das K wird durch das J ersetzt. Allerdings wird im nördlichen Teil Deutschlands das auslautende K häufig zum J sperantisiert, siegen, siegte. In dieser Aussprache wären die beiden Wörter also homophon und dementsprechend keine Minimalpaare. Wenn es sich um eine stärker regionale bzw. dialektale Aussprache-Variante handelt, wird in den Witzen des Postillons darauf hingewiesen. Zum Beispiel hier. Weil ich das sächsische Schlecht nachmachen kann, lasse ich das. Aber in entsprechender Aussprache sind die beiden Wörter rumkugeln und rumgoogeln im Prinzip homophone. Diese umgangssprachliche dialektale Ebene kann für zusätzlichen Witz sorgen, wobei sich die beiden Wörter natürlich nicht zu sehr voneinander unterscheiden dürfen. Ich mag ja die besonders albernen Wortspiele. Eins meiner liebsten ist dieses hier. Auch hier haben wir einen umgangssprachlichen Einschlag. Neben den rein segmentalen Unterschieden liegt hier eine unterschiedliche Silbenstruktur vor, sodass wir hier kein Minimalpaar haben. Außerdem wird Fallobst auf der ersten, Verlobst auf der zweiten Silbe betont. Aber solche Fälle wären noch ein eigenes Video wert. Hier sehen Sie acht weitere Wortspiele vom Postillon. Wenn Sie üben möchten, können Sie das Video anhalten und sich überlegen, ob es sich um Minimalpaare handelt oder nicht. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass Humor nicht nur durch konstruierte Wortspiele, sondern natürlich auch unfreiwillig durch Verhörer entstehen kann. Hier ein sehr schönes Beispiel dafür.